Liebe Hasbergerinnen, liebe Hasberger, herzlich willkommen zu Hügel TV, Hallo Hasberg, Ausgabe Nummer 89 und heute Zugast Marita Benne, erste Vorsitzende von Jakontose. Herzlich willkommen Marita. Danke Holger für die Einladung. Ja, sehr gerne. Bevor wir ins Detail gehen zu der sehr schönen Organisation, erstmal wieder ein paar Zahlen. Die sind mittlerweile ja auch in Hasbergen, weiß Gott nicht mehr so gut. Hasbergen ist mittlerweile jetzt betroffen. Wir hatten seit Beginn der Erkrankung 83, aktuell infiziert sind 36. Das ist also noch eine ganze Menge. Wir wissen natürlich, dass wenn die Pflegeheime sozusagen gesund sind, sieht das besser aus. Aber es sind auch außerhalb der Pflegeheime mittlerweile schon zahlreiche Infizierte da. Das geht also nicht auf eine einstellige Zahl zurück. Das wissen wir jetzt schon mal. Insgesamt im Stadt- und Landkreis stagniert das ungefähr seit einer Woche. Die Anzahl der Infizierten ist im Moment auf 1431. Das ist zwar ein hohes Niveau, aber ein Niveau, was vor einer Woche auch schon ungefähr war. Das heißt also, wenn es auch noch nicht zurückgeht, so scheint es doch den Gipfel möglicherweise erreicht zu haben. Und die Maßnahmen unter Umständen zu greifen. Das wäre natürlich ganz wichtig. Ich habe eben gesagt, Corona hat nun auch Hasbergen tatsächlich erreicht. Wir werden in der Politik diese weiter durchführen. Am 3.12. ist noch eine Ratssitzung. Da sind wir dann mit über 30 Personen in der Turnhalle. Das ist natürlich durchaus in den jetzigen Zeiten ein gewisses Problem. Zulässig ist das zwar, aber natürlich hat der ein oder andere Bedenken, sich zu infizieren. Und wir haben da eine ganz besondere Lösung gefunden. In Absprache mit der Ratsvorsitzenden werden wir dort Schnelltests durchführen, die wir bekommen haben. Das ist sehr erfreulich, damit es da eben keine Gefahr gibt für die verhältnismäßig vielen Personen, die dann in der Turnhalle entsprechend sind. Eine positive Nachricht auf jeden Fall noch um diese jetzige Jahreszeit. Am Freitag sollen, und das wird auch sicherlich stattfinden, eine Bratwurstbude und eine Glühweinbude eingeweiht werden. In normalen Zeiten vielleicht keine Nachricht, aber in der jetzigen Zeit ist es auf jeden Fall eine Nachricht. Und zwar wird das bei Kiebeck geschehen. Lars Brauer wird die betreiben. Und zwar nach den aktuellen Richtlinien. Wer dann einen Bratwurst haben möchte, sehr selten dran zu kommen, wenn man sich nicht gerade selber grillt, oder einen Glühwein, der kann dann mal zu Teppich Kiebeck fahren und sich entsprechend dort versorgen. Eine gute Aktion, wie ich finde. Ihr habt eine gute Aktion. Marita ist Jacke und Hose allemal. Vor einem Jahr, ungefähr um diese Jahreszeit, hatten wir eine schöne Aktion. Zehn Jahre Jacke und Hose. Marita, stell dich doch erstmal kurz vor. Hallo, ich bin Marita Benne. Viele kennen mich durch den Kindergarten. Ich bin damals im Jahr 73 im katholischen Kindergarten als Leiterin angefangen. Und seitdem auch in Herstbergen geblieben. Ich habe zwei Söhne, die längst aus dem Haus sind, beziehungsweise einer wieder in mein Haus eingezogen ist. Und vier Enkelkinder und wir sind eine glückliche Familie. Ja, jetzt zum Thema, Holger. Wir haben also vor elf Jahren genau unsere Kleiderkammer eröffnet. Das kam damals von Mitgliedern der Evangelischen Kirchengemeinde, des Caritasverband, des Deutschen Roten Kreuzes, der AWO. Und wir hatten uns überlegt, ob es nicht sinnvoll ist, in Hasbergen eine Kleiderkammer einzurichten. Da uns keiner der großen Institutionen wie Kolping oder auch das Deutsche Rote Kreuz wollte uns nicht unterstützen und nicht ins große Boot nehmen, haben wir uns auf eigene Füße gestellt und haben die Kleiderkammer eröffnet. Und wir sind ganz, ganz erstaunt und ganz glücklich, wie wunderbar, wunderbar das gelaufen ist. Wir haben also einen Vorstand gegründet und haben das auf unsere Schultern genommen und es läuft prima. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe ganz dringend darauf gedrungen, dass wir ein eingetragener Verein sind. Denn nur eingetragene Vereine können Spendenbescheinigungen ausstellen, was ja für manchen Spender auch eine wichtige Sache ist. Genau, davon lebt ihr natürlich auch ganz kurz zu dem Eingang mit dem Kindergarten. Da verbindet uns ja nun auch eine lange gemeinsame Geschichte, muss man sagen. Und viele, viele andere in dieser Gemeinde. Ganz genau, das war im Kindergarten sein Josef, du hast ja 1973 angefangen, ich bin da 1974, glaube ich, hingekommen. Ob ich gleich in der ersten Gruppe war oder kurz danach, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hast du mich schon zu einem Zeitpunkt betreut, der lange, lange, lange her ist. Das ist schon eindeutig. Uns verbindet eine lange Freundschaft mit deinen Eltern vor allen Dingen auch. Ganz genau, so ist das. Ja, Jacke und Rose, das ist, haben wir noch nicht gesagt, am Amazonenwerk 88. Und ich glaube, das hat durchaus Vorteil. Schildert doch mal, was macht ihr da, wer kommt dort, wer besucht euch, wer sind eure Kunden, sage ich mal. Zunächst möchte ich mich bedanken bei den Kunden, die uns die Sachen spenden. Denn ohne Spender wären wir in ein Nichts. Das muss man so sagen. Also bei uns kann jeder Spenden abgeben. Gut erhaltene Sachen sollten natürlich gewaschen sein, schmutzige Kleidung können wir nicht weitergeben. Und es kommen wirklich alle, es kommen auch viele Bedürftige, vorweg viele Bedürftige, muss ich sagen. Aber es kommen auch andere, die mal Sachen bringen und sagen, darf ich mal durchschauen und dann durchaus auch bei uns fründig werden. Das ist keine Seltenheit. Wir haben alles. Wir haben hauptsächlich Kinderbekleidung im ganz großen Rahmen, aber auch Damenbekleidung. Herren ist ja ganz, ganz schwierig. Da ist es, die Flüchtlinge sind zu schmal von der Gestalt her, von der Größe her. Und meistens kriegen wir doch sehr, sehr große Sachen und die werden wir einfach nicht los. Aber wir sind auch, wir haben viele Blusen, wir haben auch für Kinder Winterjacken wunderbar. Wir freuen uns aber auch jederzeit über Spenden. Denn im Moment ist unsere Kleiderkammer durch die Zeit, in der Corona-Zeit hatten wir auch eine gewisse Zeit zu. Da ist dann nicht so viel gekommen und wir sind schon ein bisschen schwach beseitet, kleidungsmäßig, in unserer Kleiderkammer, weil das ist halt so. Aber es wird wieder. Wir haben das große Glück, dass uns die Sachen, die wir nicht gebrauchen, die Kleidung, die wir nicht gebrauchen, nimmt uns, die Kolpinger nehmen uns die Sachen ab und fügen die zu ihrer Kolping-Sammlung. Und regelmäßig, vielen Dank Kolping dafür, erhalten wir auch immer eine dicke Spende als Geldgeschenk. Und die gebrauchen wir natürlich wieder dringend für unsere Arbeit. Denn vielleicht ist die Frage, was machen wir mit dem Geld? Das Geld wird eingesetzt für unsere Kinder, der bedürftigen Familien. Wir haben in diesem Jahr in Verbindung mit dem Naturwad drei Kinder es geschafft, das Seepferdchen zu machen. Wir unterstützen das gesunde Frühstück am Roten Berg. Man kann sich gar nicht vorstellen, ganz viele Kinder kommen ohne Frühstück in die Schule. Und Petra Heemann, die macht das Frühstück, bereitet das zu und die Kinder können da in der Cafeteria ein Frühstück einnehmen. Und das wird auch von uns nicht komplett gesponsert, aber wir unterstützen dieses. Und die ganz große Aktion, die ja jetzt vor Weihnachten ansteht, ist immer unsere Wunschzettelaktion. In Verbindung mit der Gemeinde, mit der Familienbeauftragten, Katrin Schmidt. Die weiß nämlich, wo die Familien sind, die es wirklich nötig haben und die in ganz großer Not sind und wo kein Weihnachtsgeschenk auf dem Tisch liegt, unter Umständen. Und da ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, dass wir, die Kinder werden, die Eltern werden benachrichtigt. Die Kinder können sich einen Wunsch im Wert von 35 Euro aussuchen. Die Wunschzettel kommen zu mir zurück und dann werden die bearbeitet. Und das ist eine ganz, ganz tolle Aktion, die wir wirklich von Anfang an machen. Und der Freitag vor Heiligabend ist dann meistens die große Übergabe. Da stehen wir auch immer in der Zeitung, sind mit einem großen Bild. Und da sind wir am Werk ganz stolz drauf, dass wir das auch immer wieder so schultern können. Das mache ich da. Du hast meinen Zettel jetzt überwiegend schon abgearbeitet. Entschuldigung. Das kann man durchaus so sagen. Ich bereite mich natürlich auch mal ein Stück weit vor. Entschuldigung. Und dann haben wir so verschiedene Bereiche. Du hast aber jetzt aus vielen Bereichen natürlich im Rahmen der Zusammenfassung schon vieles gesagt. Also in der Tat, du hast gerade die Verwendung schon sehr gut dargestellt von dem, was ihr eingenommen habt soll. Also heißen die wirklich, wenn hier im Ratssitzungssaal, genau da, wo wir uns im Moment befinden, auch an dieser Stelle. Wenn dann hier die ganzen Geschenke liegen, ist das immer ein tolles Bild. Das werden wir sicherlich einblenden können. Das mit dem Schwimmen ist sehr, sehr gut. Mit dem Naturbad ganz, ganz wichtig. Denn das werden ja ein bisschen weniger mit dem gesunden Frühstück ebenfalls. Jetzt möchte ich aber gerne nochmal auf den Finanzierungsaspekt zurückkommen. Und da gibt es natürlich einmal, dass wenn Kleidung gespendet wird, ihr nehmt ein bisschen Geld, wenn jemand zu euch kommt. Das ist so, dass wir bekommen es also nicht umsonst, sondern wir müssen einen kleinen Obolus bezahlen. Wie stellt sich das dar? Wie eine kurze Frage stellt. Das ist gut, dass du das sagst. Das war auch ein ganz, ganz großes Anliegen meinerseits damals bei der Eröffnung. Denn wir haben gesagt, wenn Kleidung umsonst abgegeben wird, ist sie nichts wert. Und das wollte ich von Anfang an vermeiden. Und da haben Gott sei Dank meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle mitgezogen. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man für einen Wintermandel drei Euro bezahlt, für eine Winterkinderjacke eins 50 und ein T-Shirt 50 Euro kostet. Oder eine Erwachsenenhose einen Euro. Es sind alle so geringste Beiträge und ich bin immer wieder überrascht, wie viel Geld da zusammenkommt. Das ist unglaublich. Genau, von welcher Summe kann man insgesamt sprechen? Also im normalen Jahr, jetzt haben wir Corona, aber nehmen wir mal einen Tag für die letzten Jahre. Ja, also jetzt so in den letzten Wochen hat sich ein Nachmittag von drei Stunden auf 60, 70 Euro eingependelt. Ja, das sind dann schon eine Menge Kleidungsstücke. Das ist eine Menge Geld. Da geht wirklich richtig was durch. Und wir haben ja auch im Moment, also auch Leute, wirklich sehr Bedürftige, die auch einen Schein von der Gemeinde bekommen und umsonst die Sachen erhalten. Ja, ansonsten darf jeder grundsätzlich kommen. Wie ist das mit Menschen, die nicht in Hasbergen ansässig sind? Können auch kommen. Wir haben ja auch Helleraner, Lotteraner, die uns die Kleidung bringen. Also ganz niedrigschwellig und es wird, glaube ich, auch sehr geschätzt, dass das nicht so direkt zentral ist. Das ist so ein bisschen am Ende der Straße am Amazonenwerk, die ich eben kenne. Ja, erst hatten wir da alle Bedenken, aber trotzdem danke ich der Gemeinde, dass wir überhaupt diese Räume zur Verfügung gestellt bekommen haben. Denn das war ein erstes großes Problem. Ja, wir machen eine Kleiderkammer, wohin damit? Und damals hat Bürgermeister Frank Stiller gesagt, Okay, wir haben da ein Haus, was eigentlich für Notfälle, für notleidende Familien, die plötzlich durch Feuerwasser sturmt, in Gefahr kommen, freigehalten. Aber wir brauchen es nicht und dadurch konnten wir die Räume zur Verfügung stellen. Ja, das ist ganz wichtig und das ist ja auch liebevoll eingerichtet und ihr seid da immer sehr gut. Das ist genau das Richtige für uns. Das glaube ich auch. Ach, was ich noch vergessen habe, Spielzeug und Schuhe werden wieder genommen. Und fehlt das auch noch? Immer wieder. Also Bücher an Mass, also Erwachsenenbücher nicht so viele, also Lexikas oder mit Sachbüchern können wir nichts anfangen. Das müssen wir dann leider wieder zurück mitgeben, aber sonst alles wunderbar. Also wäre das jetzt eine perfekte Situation. Wir haben ja leider nicht ganz so viel, ist ja nicht ganz so viel los wie sonst um diese Zeit und im Dezember auch nicht. Wer dann also nochmal richtig ins Ausräumen kommt, der soll auf jeden Fall an euch denken. Und Kinderbücher auf jeden Fall und Spiele. Du hast ja auch schon mal in unserem Spiele-Regal nachgeguckt. Ja, alles gut. Ja, das ist glaube ich eine ganz wichtige Information. Und neben diesen Verkaufserlösen lebt ihr natürlich auch noch von Spenden. Und da habe ich von einer, da habe ich viele ganz interessanten Aktionen gehört, von Nils Joachimeier, der Bundeswehrsoldat ist. Der hat da was initiiert, nur so als Beispiel. Marita, was ist da geschehen? Ja, der Nils rief mich letzte Woche an und ich war ganz von Socken, muss ich ganz ehrlich sagen. Der sagte, sie hätten irgendwie so eine Gratifikation gekriegt oder so und ihnen ging es wirklich gut. Und er hätte mit ein paar Kollegen gesprochen und die wollten gerne für Jacke und Hose was spenden. Ich war also wirklich gerührt, als er mich anrief. Ich fand das so toll. Und er sagte, also vier Kameraden hätte er schon und wir könnten mit 1200 Euro rechnen. Ja, das ist schon wirklich eine sehr schöne Summe, da kann man richtig viel, damit kann man 30 Weihnachtsgeschenke für 30 Kinder aus bedürftigen Familien hier machen. Das ist toll, wirklich. Ja, da bin ich mal gespannt, wenn das Foto ist, wer da mit den Kameraden dann in Uniform, da wollen wir mal sehen, wie das aussieht. Aber so ist es ja immer so, immer Einzelinitiativen sind wichtig, Firmen unterstützen euch glaube ich auch. Die Amazonenwerke haben wir uns schon unterstützt, dann hat uns diese Kapelle, die haben letztes Jahr zum Weihnachtsmarkt uns eine große Spende übergeben. Aber ja auch häufiger mal immer wieder irgendwelche Erlöse gehabt, wo man dann gesagt hat, das kann zu Jacke und Hose gehen. Verschiedene Spenden, das hat immer ganz gut funktioniert und wir wissen ja, dass es da auch in wirklich hervorragenden Händen ist. Es ist auch durchaus möglich, dass Leute zu uns kommen und mal 50 Euro abgeben oder so als Spende. Das passiert auch immer zwischendurch mal. Genau, also ich glaube, du bist jetzt hier genau in der richtigen Zeit. Ganz wichtig ist natürlich, Jacke und Hose ist ja natürlich Marita Benner als erste Vorsitzende, aber es gibt ja viele, viele Mitstreiter, die du hast, die wir auch im letzten Jahr so schön ehren konnten bei der Veranstaltung. Wie wollen wir das machen? Die kannst du glaube ich gar nicht alle vorlesen, oder? Ich glaube, es würde jetzt ein bisschen weit führen, wenn ich die alle vorlesen würde. Aber ich denke, Herr Badelmeier, der blendet die nachher mal ein und dann dürfte ich vielleicht auch unsere Bankverbindung mit erwähnen. Wenn jemand ist, der gerne spenden möchte, liebend gerne. Ich wollte jetzt noch zu der Spende von Nils sagen, da haben wir wirklich uns Gedanken gemacht, dass wir speziell diesen Betrag auf drei Familien aufteilen wollen, die sehr bedürftig sind und wo wirklich der Baum brennt. Und das wollten wir jetzt nicht so in den großen Topf geben, sondern so ganz speziell und Hilfe vor Ort leisten, wo es wirklich... Da ist zum Beispiel eine rumänische Flüchtlinge, die brauchen einen Turnister, ne? Ein Turnister kostet ja heute so viel Geld. Ich meine, es ist jetzt eine gute Zeit, weil die im Auslaufen sind, die alten Modelle. Und man kann sie jetzt günstiger kaufen. Aber das sind so Sachen, die wollten wir ganz speziell an die Familien spenden. Das ist ja wunderbar. Eine Info fehlt uns noch am Ende. Ich würde sagen, wenn man zum Beispiel Kleidung und ähnliche Dinge zu euch bringt, dann kann ich doch sagen, man geht da am Sonntag um 15 Uhr hin, dann ist natürlich niemand da. Wann kann man das machen? Ja, unsere Öffnungszeiten sind am Montag von 9 bis 12 und am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Und die Öffnungszeiten haben sich eigentlich bewährt. Die Leute sind drauf eingestellt. Es läuft wunderbar. Und jetzt muss ich noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an meine Mitarbeiter richten. Denn ohne die wäre es nicht zu schaffen. Und es läuft. Wir machen alle Vierteljahre Teamsitzung. Ich gebe den Plan rum. Ruckzuck ist der voll. Gar kein Problem. Ich habe das neulich übers Handy gemacht. Über WhatsApp haben wir den Plan fotografiert. Und Ruckzuck ist der Plan voll. Es in dem alle konnten sich eintragen. Das war super. Ohne euch könnte ich es wirklich nicht machen. Keine Nachwuchsprobleme. Vielen Dank euch allen. Das ist wichtig. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das ging gar nicht. Jetzt um diese Zeit. Also, ja, ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick gefunden. Die wichtigsten Informationen sind gegeben. Also, auch im Namen der Gemeinde. Vielen Dank. Das ist wirklich eine tolle Arbeit, die ihr da leistet. Das haben wir letztes Jahr ja auch schon gesagt. Es gibt viele Bedürftige. Und das werden wahrscheinlich nicht weniger in den nächsten Jahren. Insofern toll, dass ihr das so macht. Dass es so niedrigschwellig ist, dass niemand, in Anführungszeichen, sich schämen muss, hinzugehen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern jeder kann da völlig entspannt hingehen. Wird nett betreut. Ich weiß ja, wie ihr das da macht. Also, wirklich eine ganz tolle Geschichte. Macht gerne weiter so. Vielen Dank. Wie gesagt, das Engagement meiner Mitarbeiter ist aber auch wirklich erst einmalig und klasse. Ja, Marita, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke auch, dass ich hier sein durfte. Und mir bleibt zu sagen, 2021 wird gut. Ja, ich danke auch, dass du da warst. Ja, ich danke auch, dass du da warst.